Guten Abend meine Damen und Herren, hier die neuesten Nachrichten. Berlin Brüssel Zur Situation im Weißen Haus geb ich ab an Gundel Gaukelei. Zur Reaktion an der Börse scheiden wir um nach Tokio. Vielen Dank nach Tokio. Zürich 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 Und nun zum Sport mit Gundel Gaukelei. Zürich Zürich Und nun zum Wetter. Meine Damen und Herren, das waren die neuesten Nachrichten. Wir sehen uns wieder um 22.30 Uhr. Sie hören nun noch den Kommentar von Heidel Weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bei UF zud forward. Hier Vielen Dank.